hier ja wo sind was das Tor oder die Aftel oder die Anlieferung jetzt noch so war die Nachricht wenn sich die Gebäude um ein kein Bock in die Städte zu haben Schuhe und er versteckt sich da das ist die Städte zufrieden die jahre der gesamte der Anomalien sie ist Stay calm die Abrundeten das ist alles der Gäste Prozent scheitern aus dem Rohr We're all dead men! Like cowards! Wir sind nicht in den Wald. Ah! Ich schieße auf meinen eigenen Typen. Ich schieße auf meinen Typen. Ich schieße auf meinen Typen. Das ist ein bisschen schwierig. Ich schieße aus meinem Typen. Das ist so richtig, so gut. Ich schieße aus meinem Typen. oh wieder Oh oh! Steh auf! Sit! wieder so ein Sturm. Ich glaube, hier steht man ganz gut. So, habe ich es jetzt geschafft, habe ich das jetzt alles richtig gemacht. Scheiße. Okay. Alle tot außer mir? Ne, er lebt auch. Ah, das ist ganz schön. Too many of the mutants broke through. Polis must be warned. But my fighting days are over, as you can see. I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon. Contact Polis and broadcast the emergency message I have prepared. Good luck, brother. No. Passt schon. So, wie jetzt da? So, da. Yeah, ich darf mal wieder fahren. Super. Oder auch nicht? What? It will not fun. Oh man. Prozent Prozent die Erdmann diese überlöchern wurden wo der renn zu fallen ja holz der der das sind wirklich mutierte Ratten muss ich lang ich lasse wahrscheinlich wieder die ganzen Sachen liegen zum Beispiel passt schon yeah zumindest ist immer noch die alte Gasmaske ja aber gut scheiß Viecher oh scheiße so meine Gasmaske ist schon wieder Schrott kann man sagen wo ich lang muss ich gehe da hin und dann dreht sich gleich wieder dann muss ich da hoch hier durch ich glaube ich muss hier ich glaube hier ist ganz gut ich glaube hier ist ganz gut ich habe ein junger Survivor er war sehr und sehr talkative ich glaube hier er ist tot er ist tot er ist tot er ist tot ich weiß nicht aber wenn ich nicht er hat er wird wie die 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 ich Krass. Schön schallgedämpft. Einer, überall Löcher. Alter Schwede, ich bin schon fast tot. Kack, Dinger. Ich kann nicht laufen. Oh, jetzt war ich auch rum. Die Dinger sind zu schnell. Ich bin echt tot. Okay, wo muss ich lang? Achso. Sorry, nicht gesehen. Was ist das? Ist das besser? Nein.